Es geht schnell weg. Ja. Ah fuck. Was denn? Da hab ich mich wieder verbaut. Oh. Doppelklick auf Carpenter. Oh. Entschuldigung. Ja. Soll der Kack. Ja, er will den Hochkack bauen. Hochkack? Hochkack. 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 So. Hochkack. Damit wir nicht über den Berg laufen müssen, haben wir einen kleinen Weg gemacht. Oh. Ja. Hab du das? Hab ich, weil ich so nett bin. Oh. Oh ja. Warum saß denn das jetzt zu mir? Ich hab mir voll die größte Mühe gegeben. Okay. Okay. Ist ja okay. Ja, ist ja gut. Oh, hast du Bambus abgeerntet? Warum? Ja, weil Bambus wächst gerade. Der war vorher fertig. Ja, hab ich. Ja, meinst du, wenn der Bambus auch wächst? Ich weiß gar nicht wohin damit. Obwohl es da gar nicht schlecht ist, wenn man den Bambus noch hat. Für Kompost. Ja, deswegen kostet sie eine Bambus-Farm noch. Mhm. Für Kompost. Aber das ist diesmal wirklich automatisiert, ne? Diesmal richtig automatisiert. Aber ich weiß auch wie. Ja. Oh ja, das weiß er. Ohne Lichtsensor. Was ist los, müde? Ja. 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 Ja, das ist nicht so gut. Ja. 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 Ich hab'n ja das Bett abgebaut. Du hast echt das Bett abgebaut, ne? Ja. Klar. Echt das Bett abgebaut. Der Päne. Ey, du ist... Hallo, nicht mit den Schwertern, das tut weh. Du hast kein Helm mehr. Toll. hab ich noch Ersatzrüstung? äh, hab keinen Helm als Ersatzrüstung mehr muss immer noch die Blasen an, ne? hatte ich eben auch ich lass dann wie immer an den Bleibenhauen es wird alles gut kalt, was ist denn hier noch im Haus? ok, Pferdchen, das wären glaube ich unsere beiden Profi-Pferdchen, die reinkommen ok ne Pferdezucht noch? so ne illegale Pferdelaborzucht im Keller wird experimentiert das noch, das noch, das noch ja guck mal viel Zeit ihn ab ne, überlegt man nicht ich hab so viele Fire-Stattings, ne? ne, schon mal sie gerade über den Komposter mit rein kann er sowieso weg ne, das könnte man alles machen dann kommt der Gang noch oh ah, wo wo Gang? mir fällt grad was ein das muss ich eigentlich auch wieder zu machen hier, dieser blaue Tunnel der ja in den Keller sollte Fire-Stattings hab ich zu viel ja noch, ne? bei den beiden wo ist denn, wo ist denn das Ding, wo man runter springen kann? komplett bis unten hin und wenn du auch den Gang zu sollst auf der linken Seite ok aber da unten ist Wasser, ne? ja, da unten ist Wasser hier nicht da, sondern wieder hinten ach, doch hui flatsch alter dein Ernst? ja ey, ich bin gleich tot auch ey, du bist gar nicht tot was flaberstuhl wieder nix ich muss in die Etage und muss ein bisschen Gravel mitnehmen Gravel Gravel scha-gravel ich glaub das war oben hm war hier gleich links das weiß ich mittlerweile ok na wie viel Sonntag bin hier ja ok 2 Stacks 4, 5, 6, 7 alles bleibt tschüss ich glaube 8 Stacks könnte jemand mitnehmen ok wie viel Level hast du eigentlich? 7 ok ich bin doch beim letzten Mal im Traum nein, ich dachte jetzt, dass du wenn du jetzt mehr hast zu 30 und dann wieder Buch hm weil das ist ja auch so, dass du oben diese Etage, wo diese Bücherregale sind, einfach da die Bücher reinlegen mhm oder vielleicht mal eine größere Bibliothek anbauen böse Gedanken böse Gedanken hm hast du doch sowieso das ist doch so eine Überlegung, so so eine Bibliothek mäßig noch so einen Anbau zu machen ja hm ist auch schon wieder fertig ich weiß gar nicht, wie potet ach ja, ich potet jetzt hier ja den Strom momentan durch die Wasserdinger ja da war ja was was andere ne, dann könnte er ja eigentlich ne eigentlich will eher eine Runde Gürbel machen auf dem letzten, das wird ja reichen ja, ne mhm mh mh soll wir von den beim bisschen laufen lassen, habe ich ein bisschen Ruhe ja, lass mal Beruhen ruhe ruhe kam das hier sowieso nichts hier zustande gerade aus deinem Müll wieder irgendwann mal immer wieder zu lange aufnehmen ja immer wenn wir zu lange aufgehen machen wir Blödsinn nach der Zeit man, nie Blödsinn ich werde doch von dir sowieso immer gemobbt ich mobb dich nicht doch ich mobb dich nicht nein hänselt und ärgerst mich du bist doch kein Wischmob, deswegen mobb ich dich doch nicht mob mob Wischmob sind das jetzt schon wieder Musik hier, hallo Wisch, 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 mo zack, zack, zack ja damit wisch, 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 wisch ich werde das auch irgendwann fertigstellen wiii wiii ich hab wieder gesprungen ne bin ich hier auf meinem Beton rumgelaufen Das ist natürlich die Frage, die Frage aller Fragen, ein frei, ein Z2, genau, das ist sowieso die Frage. Und eventuell noch einen hier hin, ja nicht geil, ja nicht geil, so. Stemlich. Du bist Emil. Emil. Stemlich. Emil, okay da ist er schon aktiviert, wo ist er – und aktiviert er sich hier? Aktiviert. Aktiviert abwechkräftig. Genau so sieht's aus. Naja, bei dem weiß ich nicht, ob er aktiviert Abwehrkräfte macht. Nöööö. Nöö. Ist eher so... Jo. Jo. Lustig, ja. Losigkeit bei den Dingern. Drei Stück reichen vollkommen. Oh. Volle Kacke. Volle Kacke. Ist gerade so, weiß ich auch nicht. Aber ist ja gleich... Ah, Centus, wolltest du gleich aufhören? Ja, ich weiß. Nein, ich weiß. Ja. Komm. Passt ja. Passt ja ungefähr. Hm? Hm? Hä? 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 Was bist du bei mir? Ich bin über dir. Wo bist du denn? Da nicht. Nein, klar. Noch. Mann. Nein, nein, nein. Klar. Soll ich noch mal die doppelte Decke reinziehen. Ich sehe gerne, weiß ich auch wo du bist. Irgendwo. Hä? Hä? Hö? Ich bin ein fauler Mensch. Hä? Hä? Hö, Hö? Hi. Hallo. hast du hier nein da kommt extra bottig um für glas ja was ist automatisch oder per hand gerade glas sollte automatisch kommt automatisch rein das ist natürlich jetzt kacke für glas sollte nächster container ja 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 aber erst wir können die uhr hierüber hängen ja deswegen ja die uhr ja gut leute damit wir sagen haben wir nicht wirklich viel geschafft es ging aber ja aber da muss erst mal das ganze glas raus und ich glaube bevor das hier weiter brennt warum ja dann kann das ganze glas noch machen und wenn das da ist dann dann mach ich das schon ich mach das schon hatte keine sorgen da machst christian habe ich damit in die küste getan und da ja dann kriegst du automatisch dann kommt ein automatisches glas gehen ja so ein bisschen hübscher raus okay ja ich habe alles was für dich okay sing okay gut dann würde ich sagen bis zum nächsten mal bei live in the woods mit mit sendos tschüss 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 tschüss